mann einsatz für 13 hlf wir haben die genähe da schickst du nur einen streifenwagen ist der vorschlag und jetzt kommt auch noch mehr rein ich kacke ab achtung einsatz für alex 10 1 alex 10 2 erste rückmeldung von 1 f1 überfallen ganz groß kacke schassen straßen waren verunfall mit 123 pkw ist ein lkw der benzin geladen hat und bis jetzt fünf verletzte entziehen das ist ein milch transporter den verletzte habe ich nicht fünf gesagt ich bin recht ja da ist eins einsatz für alex 10 4 alex 10 3 mann 5 mhm ja ist kacke leitstelle von 1 erw 1 kommt haben sie dir 1 5 gedrückt mehrmals ok wurden sie aufgefordert zu sprechen hast du mir ein paar rüstwagen alarmiert und so ein paar hlf's entgleist der zug da ist der rüstwagen hlf 20 1 unterwegs gtg rtw der erste gtw ist ja nicht nur noch das ja erst mal ja ok ach leute erwarte befehle passt mir jetzt gar nicht nach rückmeldung ausgelenzt der dma unausgelöst unter kämmerung und anlage zurückgesetzt alle einsatz ich habe elw hlfd lfd lk rtw nrf rtw wofür denn im rth ja bist du vielleicht zum mann 5 alarmiert oder nee ach ne dann haben wir keine airtrees mehr frei ach guck mal von mir müssten doch jede menge frei sein ich habe keinen einzigen auf der straße der wurde mir vorgeschlagen was soll ich sagen alles klar der rüstwagen hat nur eine schere verstanden in ordnung bin bereit ist in arbeit gut da ich gerade keinen einsatz habe das ist der moment wo ich mal kurz pinkeln und rauchen gehen bis gleich wir machen bis zum einsatz stopp david warum warum ich hab grad nix ja aber die anderen beiden sind ausgelassen und gleich kommt automatisch was neues ich verstehe gar nicht wieso da so viele kommen ich habe einsatzstufe 2 ja ich beeindruckt mir gar nicht mehr wie zwei einsätze kommen alles aber es passt doch so oder ein bisschen ansporn muss man ja auch haben oder aus irgendeinem grund ist auch der unklare feuerstein noch offen von vor 25 stunden tatsächlich wirklich jetzt nicht mehr vorrück krimi reisen was gehts 1 e w 1 von 1 stelle in ordnung 1 e w 1 hört frage geschätzte einsatzdauer 2 stunden mindestens höre rettungsmittel am kömmlich nein verstanden verstanden ja sofort bleibt alles so wie es ist du hebelst und nicht sie hier sind die fahrzeichen die 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 haben aus dass du Rettungsdienst ja ich bin jetzt Eintreffen von außen keine Erkenntnisse ich gehe erkunden bin bereit höre alle Kräfte können einrücken keine Erkenntnisse du bist noch in der 3 hast du nicht mal die 4 gedrückt ja keine Zeit ich habe dich mal in die 4 gesetzt die Statistik der LNA der ist noch in der Zuteilung bei dem entgleisten Zug ich kann den nicht auswählen das ist der FLSG LNA SGLNA ja wir müssen mal gucken dass die Ärzte hier die Leute zumindest zügig mal alle kurz durchbehandeln oder den LNA den LNA kann ich aber nicht weil sonst verringen die alle wir haben noch mehr wie ein Notarzt wir stehen wie ein Notarzt rum ein LNA ist ja vor so eine 4 das war ein LNA ist bei der angeschossenen Person das riecht blöd bei der ausgelössten BMA ist auch noch ein Neff Leute erwarte Befehle ist in Arbeit Amt Amt ich bin dabei normalerweise sagt er ja gar nichts wer du doch ich sage immer hallo nach einer halben Stunde meistens aber ich bin wieder EG hast du noch ein LNA der zugeteilt werden muss der LNA gehört mir aber ich kann ihn nicht alarmieren es gibt 3 LNAs du kannst aber auch die Schraube wieder alarmieren ne wird die Schraube benötigt zu dem Mann ich habe jetzt zweimal den Sprechworn schon im 1EW1 gedrückt ich bin bereit ich würde ja zutönen achten wir sind gerade mit dem Lachsbrötchen beleuchtet dich mal bei langsam 10 Abschlepper Christoph 3 Langsam 10 Abschlepper ok 1 bei habe ich noch irgendwo auf der Trunk steht da steht noch ein RTW ok wenn die Einsätze abgeschlossen sind könnten wir das ok kann ich das ja nicht über das Tableau sehen ja zu Befehl wusstest du David du kannst die Ausrichtung des Landeplatzes auch mit dem Mausrad glaube ich variieren beim Heimrauchmelder steht noch ein B-Dienst der kann irgendwie gerade nicht einrühren warum können deine Leute nie einrühren ja jetzt wird erledigt ja wir sind sie abkömmlich ähm Moment ich klär das auf und Personenüberfall hier ist auch noch offen ja das sind ja wahrscheinlich Personen die transportpflichtig sind wie ich auch richtig sehe sind bei dem Mann für jetzt alle Leute freigeschnitten denk dann am besten erst in den GRTW rein und dann ja ja der 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 RTW hat jetzt schon ein paar drinnen wohnen 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 langsam geht ja auch die Auslastung auch vom RTV ja vom Verwaltungsdienst viel zurück wohnen 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 Millimeter scribes ich hatte entsprechen ja deswegen wir sprechen würde ich sprich auch gut ich lade die alle in den rtw aber der fehlt nicht voller an die rth die eintreffend sind ihr könnt euch auch um die patienten die doch am machen du affe ja bin ich aggressiv deine mutter ist aggressiv weil der dritte ist ja noch gar nicht da und steine schmeißer bist du ja die rtw besatzung könnten die leute auch mal in rtw bringen die die auf der trage haben und nicht weiter darum stehen da haben wir haben wenn ich schon angesaugt werde 1 rtw 1 benötigt ein rth wer 1 rtw 1 andere einsatzstelle ach so dann kann ich nicht helfen ok 1 bt 1 habe ich 1 rtw 1 habe ich keine aufforderung bekommen braucht er in der einsatzstelle noch irgendwas benötige ein rth der g rtw nein der g rtw braucht eine krankenhaus zuweistung kriegt er dort und der 1 rtw 1 denn der kann noch mal die 5 tun hat er ok den g rtw zwar immer mit der 5 tun ich hoffe so langsam sind alle patienten behandelt aber wir haben keine rtw mehr oder es steht gerade irgendwie alles ein bisschen voll können die abschlepper mal die karren da weg holen wenn das geht ach so die werden ja mir wieder zugeteilt ne stimmt ich vergaß ok weil die feuer wird die angefordert also rtw ist habe ich noch voll alles klar an der einsatzstelle nein 4 5 6 2 kann ich mit dem rth transportieren ja bisher gerade dabei die zu behandeln oder jetzt gerade nicht mehr jetzt sind alle behandelt ja dann transportier die auch einer wird noch behandelt ja drei stück auf einmal kannst du mit einem rth weg schicken kann zwei scheiß 9 rtw 1 2 einrücken könnte ich kann zwei stück auf einmal mit dem rtw weg transportieren habe ich gerade so verstanden wer hat das denn gesagt du hast doch gesagt zwei stück ja weil er zwei ich habe vier ja dann müssten da ja noch rtw sind ja ein vier die drei wenn nach der eins kommt die zwei ich benötige drei weitere rtws sollen sie bekommen ich gern auch noch mehr nach dem einsatz mal kurz fünf minuten pause auch ein tor ist in arbeit wenn sich alle retten da haben wir wohl übersehen ein rauszuschneiden das wird ja wohl die feuer gegeben sein benötige auszuweiser der 8 rtw 1 lötenscheid 9 rtw zu auch kranken auszuweiser lötenscheid kein problem evita evita wo ja alles klar macht das ghostbusters vince boah direkt ein sympathischer name ich liebe ghostbusters ach tschüss jan ja ja das ist deine tausend die du haben wolltest jetzt nur weil er keinen Bock mehr hat es hier aber ein bisschen ordentlich zu spielen noch jan trottel alles trottel ja gut dann gehe ich mal auf toilette ne geh sofort weiter darf ich mit sparen diese kleine frage aus dieser runde habe ich ja also ichifica die das sie ich nicht Vielen Dank.